Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das 2SAT2DISCO Kapitel 2 Bundle von Apache 207. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, der Tracklist und dem Bundleinhalt, so wie natürlich auch die Links zum Release und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 2SAT2DISCO Kapitel 2 von Apache 207. Das Ganze am 1. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist der zweite Teil von vier Teilen. Das Album 2SAT2DISCO erscheint ja voraussichtlich am 3. Dezember und das Ganze wurde in vier Kapitel unterteilt. Oktober, November, Dezember und September. Und jetzt sind wir eben im zweiten Mond, also im zweiten Kapitel Oktober. Das dann nennt sich Vodka. Ja, wie auch schon Teil 1 haben wir hier so einen schwarzen Alubeutel mit einem Sticker drauf. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Flugticket oder so ein Boarding-Ticket, Boarding-Pass. Wir lesen hier Apache 207, Vodka Kapitel 2, 2SAT2DISCO. Vodka Lamborghini Doors an der Uhr gedreht. Dann haben wir hier noch einen QR-Code. Und ansonsten haben wir hier noch Barcode, Labels und Beteiligte. Auf der Rückseite komplett in schwarz. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf. Wir haben hier einen Druckverschlussbeutel. Allerdings bevor wir zum Druckverschluss kommen, müssen wir hier noch so eine kleine Schicht wegschneiden oder wegreißen. Ja, das Problem ist, wenn man hier reißt, dann wird das meistens irgendwie etwas schief und genau das eben. Wir reißen einfach nochmal von der Seite. So, ist zwar jetzt nicht schön, aber das kann man danach dann noch mit Messer oder mit Schere etwas korrigieren. Wichtig ist nur, dass wir jetzt Zugriff haben auf den Druckverschluss. Genau, das haben wir. So, und dann ziehen wir mal den Inhalt raus. Jetzt ist er leer. Von innen komplett in dieser Alu-Optik. So, was haben wir hier? Wir haben einmal natürlich das Release. Also drei Tracks von zwölf. Dann haben wir ein Shirt. Und ich würde sagen, wir starten natürlich mit dem Release. Also mit dem Viertel des Albums. Das haben wir hier in Römisch 2. Das erste war ja dieser Römisch 1 sein Lila. Jetzt haben wir hier Römisch 2 in, ja was ist das? Rot, rosarot. So, dann haben wir hier drei Inhalte in diesem Plastikbeutel. Das eine sieht aus wie eine Uhr. Das andere wie eine Flasche Wodka. Und das dritte, ich weiß nicht, was das sein soll. Wahrscheinlich ein Schlüssel. Ein Autoschlüssel würde ich jetzt mal vermuten. Regulares Toolcase. Auf der Seite beschriftet. Apache 207, Wodka, Kapitel 2. Und auf der Rückseite haben wir hier wieder diese Disco-Kugel. Plus die Tracklist. Wodka, Lamborghini Doors und an der Uhr gedreht. Gut, nachdem der Track Lamborghini Doors heißt, macht es natürlich Sinn, wenn das ein Autoschlüssel ist. Labels und Barcode. Wir schauen rein. Ja, Booklet gibt es, wie auch bei Teil 1, keins. Es ist wirklich nur so ein Einleger. Rückseite, Vorderseite. Und ansonsten, relativ schlicht, haben wir dann hier einfach nur noch die CD. Auch hier wieder der Römische Zweier zu sehen. So sieht das aus. Und die Rückseite ist dann in Schwarz. Gut, wir kommen zum zweiten und letzten Inhalt dieses Wandels. Das ist dann hier das Shirt. So, das kommt in weiß. Wir haben hier wieder diesen Beutel vom Cover. Nur eben etwas größer. So, jetzt kann man es auch besser kennen, dass das hier eindeutig ein Schlüssel ist. Also, die Flasche Wodka, die Uhr und die Schlüssel passen eben zur Tracklist. Dann haben wir hier noch markiert quasi das Land. In diesem Fall Spanien. Hier steht auch nochmal Made in Mallorca. Denn das Ganze nimmt ja so eine Geschichte in verschiedenen Ländern. Teil 1, Kapitel 1 war ja noch in der Türkei in Istanbul. Und jetzt sind wir hier bei Kapitel 2 auf Malle in Spanien. Ja, ähnlich wie bei Teil 1 haben wir hier dann auch wieder natürlich die Weltkarte mit dem entsprechenden Land markiert. Darüber Too Sad to Disco, Kapitel 2. Und hier dann noch Mallorca plus die spanische Fahne. Das Shirt ist von Gilden. Ein Gilden Heavy Cotton. Das Ganze ist 100% Baumwolle. Größe M konnte man sich aussuchen. Und Made in Dominikanischer Republik. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Wandel befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, die Größe konnte man sich frei auswählen. Und natürlich hier der zweite Teil des kommenden Albums, Kapitel 2 mit drei Tracks im regulären Toolcase. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Kapitel 2 Wodka von Apache 207. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. diesem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Apache 207 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt dabei auf. Ciao.